Hallo eben, das ist dein Schemaier, Diplom-Psychologe und so weiter. Mein Programm findest du auf liebeschip.de, viele Kurse rund um Persönlichkeitsentwicklung und ja, vor allen Dingen Änderung deines Beuteschemas natürlich. So, heute haben wir mal positive Mail von Robert Schcolo und er schreibt, Hi Christian, ich habe letztes Jahr deine Kurse gekauft und möchte dir mal ein Feedback geben. Ich hatte letztes Jahr eine kurze, ziemlich ätzende Beziehung, quasi innerhalb von zwei Monaten. Das Blom-Platte-Programm von Dating, Beziehungen, Lovebombing, Futurefaking bis hin zu Verlustangst, Ausreden der Partnerin, Ghosting. Letzteres war wirklich am schlimmsten. Nachdem wir uns an einem Wochenende verabschiedet hatten, kam von ihr einfach keine Reaktion mehr, keine WhatsApp-Nachrichten wurden, meine WhatsApp-Nachrichten wurden tagelang nicht gelesen. Dafür umso mehr Statusbilder vom Baggersee und anderen Freizeitbeschäftigungen. Die Welt ist einfach ein verrücktes, die Welt ist einfach absolut crazy. Es fühlte sich so an, als wollte sie mich quälen. Ja, es gibt ja auch Leute, die einfach gleichgültig sind, aber ist natürlich nicht besser. Manchmal ist vielleicht sogar quälen eine schönere Vorstellung, weil das noch mit einem zu tun hat. So diese Gleichgültigkeit, die ist auch schwer zu ertragen. Nach über einer Woche konnte ich nicht mehr, auch eine Woche, Zukunft, höchstens 24 Stunden aushalten, sowas, habe ihr gesagt, dass ich jetzt nicht mehr mitmache und so keine Beziehung führen will. Innerhalb von wenigen Minuten kam dann mal eine Antwort voller Wut und Beleidigung. Ja, das ist immer das Lustige, wenn Menschen einen total beschissen behandeln und wenn du dann sagst, okay, ich möchte nicht mehr beschissen behandelt werden, dann flippen sie völlig aus, weil sie dich nicht mehr beschissen behandeln können. Es ist einfach so crazy und es ist aber leider Realität in vielen, ich kenne sowas auch, es ist einfach, man steht davor und denkt, aber das ist halt, was ich immer sage, wenn einer sagt, eins und eins ist fünf, was willst du da machen? Also in ihrem Weltbild ist es gerechtfertigt, bist du wahrscheinlich bis jetzt der ekelhafteste Narzisst der Welt irgendwie, weil du mal irgendwas gesagt hast und hier kein Regenbogendonuts in Popo geblasen hast. Ja, aber was willst du da machen? Kann man nur hinnehmen in Liebe und denken, ja, dann gehen wir mal weiter, ne? So, voller Wut und Beleidigung. Ja, ich bin wohl jubelnd durch alle roten Flaggen gelaufen. Auch wenn es nur zwei Monate waren, war ich danach völlig am Ende. Ja, das sage ich ja immer, es hängt nicht an der Länge von so einer Situation, sondern an der Toxizität, ne? Man kann auch nach zwei Monaten völlig fertig sein, man kann auch zwei Wochen völlig fertig sein, geht alles. Im Nachhinein habe ich nochmal einige Situationen aus dem Datingprozess aufgeschrieben, wo ich eigentlich sofort hätte sehen müssen, dass die Person weder ehrlich ist, noch an mir interessiert. Na, ihr Ego war schon an dir interessiert. Aber ich konnte mich nicht wehren, das war wirklich ein toxischer Rausch. Nicht umsonst nenne ich es mal Liebessucht, weil es alle Aspekte von Sucht hat und wahrscheinlich auch ähnliche Rezeptoren bedient werden. Und ja, sieh es als crazy Erfahrung an, die man so im Leben gemacht hat. Keine Ahnung, wir machen ja, ich meine, im Leben geht es nicht darum, alles richtig zu machen, das muss man ganz klar sagen. Und ja, aus Fehlern lernt man, wenn man will. Aber es geht gar nicht darum, immer alles richtig zu machen. Und gerade die Sachen, wo man mal Fehler gemacht hat, ist vielleicht im Nachhinein so einer Lebensrückschau auch irgendwie interessant. Es gibt wahrscheinlich auch hoffentlich auch viele andere positive Dinge, die interessant sind, aber naja. Ich habe dann deine Kurse gemacht, das Komplettpaket. Schlauer Mann, sag ich immer, mach die fucking Kurse, das ist mein Reden, ey. Und mich auf mein Leben und meine Baustellen konzentriert. Erst nach einigen Monaten habe ich wieder mit Dates angefangen und habe sofort gemerkt, dass ich mich viel freier fühle. Also aus die Datingpause gemacht, super. Und dass man tollere Menschen kennenlernt, wenn man seine eigenen Themen geklärt hat. Das ist das Gesetz des Universums. Sobald du deine Anziehungspunkte veränderst, verändert sich was im Leben, ja. Ich bin jetzt seit einem halben Jahr wieder in einer Beziehung und es ist einfach nur schön. Endlich mal ohne Drama. Es fühlt sich gut an, keine Verlustangst mehr zu haben. Wenn Probleme da sind, kann man die offen ansprechen, ohne Angst zu haben. Und vor allem ist es schön, eine Partnerin zu haben, die verfügbar ist, wo die Kommunikation sicher ist. Und wo ich nicht am Bahnhof stehe und mich fragen muss, ob sie wirklich kommt. Ich empfehle deine Kurse mittlerweile vielen Freunden weiter und wollte mich bedanken, dass ich so viel und bei dir lernen konnte. You are a fucking man. Gute Arbeit. Ganz so, dann hat es mir wirklich geholfen, die Dinge in den Lektionen aufzuschreiben, Listen zu machen. Ja, auch für die Kurse gilt natürlich, man muss auch machen, was da steht, ne. Also nur, dass man sie gekauft hat, muss es auch tun dann, ne. Ja, das stimmt. Und, also man kann wirklich bei diesen Sachen sagen, viel hilft viel. Wer viel hochmotiviert ist, sich zu verändern, viel Arbeit reingibt, der wird die Ergebnisse sehen, so, ne. Äh, diese schaue ich mir heute nochmal an, hin und wieder. Vor allem die Standards und Gearbreaker ist der Kern meiner Arbeit. Danke nochmal für deine gute Arbeit. Gruß geht raus an dich. Gute Arbeit, mein Lieber. Ähm, und, äh, genau, wir haben immer noch die 30k-Challenge auf meinem Kanal. Abonniert, ähm, mein Material. Richtig geiler Content. Und, ähm, ja, auch schöner Respekt für mich, weil ich will wenigstens mal hier eine 30 stehen haben, ne. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Und, ähm, ja, auch schöner Respekt für mich, weil ich will wenigstens mal hier eine 30k-Challenge auf dem Kanal.